Musik Geht? Gut schon mal rein. Windelmodus. Was gibt es hier noch sonst zu beachten? Ja, eigentlich ist alles Baukassen. Naja, wir haben den Raum da. Da haben sie ja schon viel geklappt. Ja, klar. Ah, da wird schon ganz gut bei ihm. Wollte ich gerade sagen, dann noch ganz genau. Kommt, jetzt muss man bei Einstein überrunden. Evi, da musst du mal weg, denn die sehen ja sonst nicht. Okay, können wir gut überholen. Da ist einer abgeflogen. Evi hat ja schon noch öffnet sein Fehler gehabt. Ein bisschen verrunden Zweinkommen. Aber ja, das wird so fast. Das ist schwer. 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 Das ist ein bisschen verrunden. Vielen Dank.